Durch die zuletzt sehr stark gestiegenen Baukosten geht es natürlich in erster Linie darum, auch beim Bauen so gut wie möglich zu sparen. Es ist einerseits möglich, kleiner zu bauen, vielleicht auch Eigeninitiative direkt auf der Baustelle zu leisten, also mit anzupacken, Geschäftsmodelle, die in weiterer Folge auch direkt von Baufirmen mittlerweile aufgegriffen werden. Daneben spielen natürlich auch Förderungen eine sehr, sehr große Rolle, denn Förderungen sollen ja auch die Rückzahlung leistbarer machen. Dementsprechend unbedingt auch schauen, welche Förderungen gibt es für mein Projekt und welche Förderungen kann ich an dieser Stelle auch unbedingt mit einfließen lassen.